Wir haben uns entschieden, uns komplett von den Reiserfiltern zu trennen. Den ersten Teil, wie wir diese abgebaut haben, habt ihr ja gesehen. Und das war jetzt der zweite Teil hier, dass wir die Filter noch vorher praktisch auch wieder Hauseingangsfilter abbauen. Und wir zeigen auch dabei, wie aus unserer Sicht sinnvollere Aquaphor Filter, Hauseingangsfilter Viking eingebaut werden sollte. Und bauen dann alles komplett ab, weil wir brauchen das deswegen nicht, weil wir haben keine Wasserabfüllung mehr, so wie früher. Und der einzige Filter, den wir brauchen, ist der Aquaphor Untertischfilter K7b. Und der ist sowieso vor allem anderen hier im Wasserraum. Und der reicht, weil wir verbrauchen ja nicht so viele Liter. Also 4000 Liter, dann wechselt man den. Und ich muss jetzt nicht einen 100.000 Liter Filter davor schalten, weil wir sind keine 100 Leute hier im Hause, im Aquazentrum. Das waren ja nur unsere Filter praktisch. Und so ist das vollkommen ausreichend, wenn man diesen Untertischfilter hat. Auch wenn wir 10 Leute wären, wäre der ausreichend, dann würde man den halt öfter verwechseln. Mehr Infos gibt es in den anderen Videos zum Thema. Für mehr Tipps und Tricks abonniere den Kanal, schreib Fragen bitte unten in die Kommentare. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen.